Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem pollenverseuchten 30.05.2022. Wir schreiben einen Montag, ihr hört die Geek Talk Daily 1202. Und heute habe ich die folgenden Themen mit dabei. Apple, Oppo, Mac OS, Xbox Stick und Speisekammer. Sowie noch ein kleiner Videotrip in eigener, wie heisst das nochmals, von mir selber. Genau. Ja, Apple hat ein Update rausgeschmissen, kurz vor dem Wochenende, wo viele Leute sich ja sowieso im Feierlaune respektive in Brückenmodus befunden haben. Das Apple TV OS und HomePod Software Update. Was da alles mit drin ist, ein paar kleine Bugfixes, die, wenn es einen betroffen hat, lässig sind. Ansonsten gut, dass sie ausgebügelt sind und zukünftig euch nicht mehr treffen können. Also updatet eure heisse Ware. Ne, weisse Ware, heisse Ware. Eure Gadgets da draussen. Weiter geht's mit Oppo, dem Oppo Pad. Das wurde nämlich in der letzten Woche offiziell vorgestellt. Genauer gesagt, nicht das Oppo Pad, sondern das Oppo Pad R. Denn das Oppo Pad wurde schon im Frühjahr vorgestellt. Jetzt kam noch das R hinten nach. Keine Ahnung, woher Oppo den Namen hat. Man könnte meinen, dass sie sich haben inspirieren lassen. Das könnte man auch meinen beim Design. Aber lassen wir das Thema mal. Denn ja, Tablets sind nun mal Tablets und sehen aus wie Tablets. Aber ich bin gespannt darauf. Ich hoffe, dass eines der beiden in die Schweiz schaffen wird. Vielleicht für euch, liebe Zuhörenden aus Österreich und Deutschland. Und auch in eure Länder. Denn ja, es könnte das eine oder andere neue Tablet gebrauchen. Aber ja, da gäbe es ja noch was. Genau, Google müsste ja mit Android ein bisschen was machen. Aber Google ist ja dran und braucht bis nächstes Jahr. Also so mit Oppo. Wir freuen uns auf die nächste Generation der Tablets im nächsten Jahr. Wenn dann Google vielleicht das mit den Tablets auch mal auf die Reihe kriegt. und wir ein schönes Android für Tablets bekommen. Weiter geht es mit macOS. Oder genauer gesagt mit der WWDC. In nämlich genau einer Woche ist es endlich soweit. Die WWDC findet wieder statt. Die Entwicklermesse in Amerika von Apple. Und was wird da vorgestellt? Ja, iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16, watchOS 9. Wir werden vom einen oder anderen ein bisschen was sehen, was Apple sich da vorstellt, was Neues kommen könnte. Und etwas, was man munkelt. Und jetzt bitte Gerüchte. Küche ganz stark. Ja, man munkelt, dass Apple endlich die Time-Maschine in die iCloud bringt für macOS. Denn euer iPhone und euer iPad, die machen ja schon in die Cloud ein Backup. Warum schon nicht der Mac? Denn da wäre es auch möglich und oder nötig für den einen oder anderen, der halt vergisst, da ein Backup zu machen. Natürlich auch die ein oder andere. Ich bin mal gespannt, ob dieses Feature kommt. Und generell bin ich relativ locker, was die WWDC anbelangt. Ich freue mich auf jede neue Funktion, die kommt, wenn sie dann für mich praktisch und sinnvoll ist. Ansonsten freue ich mich dann auf den Herbst, wenn wir die Software installieren können, das Betriebssystem. Microsoft bringt kurz vor der WWDC, und da könnte man meinen, dass sie über Insider-Informationen verfügen, eine Info raus, dass sie bald einen Xbox-Stick rausbringen werden. Was ist ein Xbox-Stick? Ein Xbox-Stick ist wahrscheinlich so etwas wie ein Google-Stick, so ein Chromecast, was man hinten in ein Display, in den Fernseher stecken kann und dann die Möglichkeit hat zu streamen. Es soll eine günstige Alternative zu der Xbox sein, für all diejenigen, die spielen und streamen möchten und sich nicht eine komplette, grosse, teure, manchmal nicht immer ganz so gut verfügbare Xbox kaufen möchten. Ja, ich bin mal sehr gespannt, ob das Teil, oder besser gesagt, wann das Teil kommt, wie teuer es sein wird und was man dann alles damit machen kann. Microsoft meint, dass man die Spiele vom Xbox Game Pass, es sind ja circa um die 100 Spiele da drauf, unter anderem die neuesten Titel wie Forza Horizon 5 etc. Ja, wird spannend, würde ich sagen, und natürlich dann auch wieder, nee, ich glaube nicht, dass das schwierig wird für die Apple TV, wie vielleicht als Gaming-Plattform, aber nicht für die Apple TV als solches. Die verkauft sich wie geschnitten Brot. Dann habe ich euch noch einen kleinen Test, auf den ich hinweisen möchte. Die Speisekammer-App, und jetzt ist es Zeit zum Aufstehen, genau. Die Speisekammer-App für iOS, für Android, für Windows und im Browser. Mein Testbericht dazu ist nun fertig. Ich habe auch ein Video dazu online gestellt. Wer mag, soll mal reinschauen. Um was geht es da um das Problem, was wir mit dem Keller und den Esswaren haben? Eine supergute Verwaltungssoftware, die es in sich hat und die man sich mal anschauen sollte, wenn man ein ähnliches Problem hat wie wir. Was das Problem ist, die Anforderung dazu, könnt ihr entweder im Video anschauen oder eben euch das lesen. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Hinweis auf das neueste Huawei Watch GT3 Video, was online gegangen ist. Wahrscheinlich in der Nacht, also jetzt, um ziemlich genau zu sein, ist schon das Huawei Watch GT3 Pro, also nochmals ein Smartwatch-Video zu einer Huawei Wearable Online. Wer mag, gerne reinklicken. Für alle anderen, startet gut in den Tag. Habt einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne bald wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.